Musik Damals ist das Zentrum in Melk. In diesem Jahr wurde das Konzept ein bisschen umgebaut, umgestellt. Man hat eine restliche neue Sonderprüfung mit fünf Nationen hier im Stadt. Das unterscheidet auch den internationalen Anspruch dieser Niederösterreich-Rallye. Peter Höherager und Nadine Pirck sollten in diesem... Wir haben auch den Florian Kappelmüller, Patrick Gerard Lesterer. Schau mal, was wir auswählen können. Vor der Rallye sind Sie absolviert? Ja. Wunderschön, Frau Eskold von der Fans wieder mit kräftig Applaus hier bedacht. Und wieder auf der Sonderprüfung. Ich habe die Nummer in der Tattoine. Ich habe mich auf der Tattoine mit einer Maschine mit der Leiter Christian Titschert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020